Oh mein Gott. Und der Typ ist verreckt. Den wir das Gift. Oh Mann. Wer zum Henker bist du denn? Was? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Arsch? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, mein Magen. Mein armer, leidender Magen. Was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Was zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe. Oh Scheiße, die blöde Messe. Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich Betrunkten die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch nur für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich Bitt, soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schief gehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan sind. Oh Gott. Meine Güte. Also der eine Kollege ist leider umgekommen. Was? Äh, gut, aber ich kann für nichts garantieren. Damit kommen wir nie durch. Hm. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Um Gottes willen. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Oh Mann. So, äh, bevor ich das mache, ich speichere trotzdem nochmal hier. Nein, ich speichere nicht hier, ich speichere mal hier. Okay. Bevor ich das mache, mache ich jetzt aber mal einen kurzen Cut hier an der Stelle. Komm schon, Heinrich. Sag nicht, du hast es dir anders überlegt. Nö, nö. Aber wir machen einen kurzen Cut. Es geht gleich weiter. Ich muss mal kurz was essen. Bis gleich. Tschö. So, da sind wir wieder gestärkt ans Werk. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben keine Zeit. Oh mein Gott. Wir sind noch total besoffen und müssen jetzt, uah, eine Predigt halten. Das Ganze gehört ja schon, äh, zur Hauptquest. Alles klar. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Du bist aufkaufen. Schau mal, er kommt am Laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab. Schaut ihn euch an. Warum? Warum sind wir in Unterhosen? Oh Gott. Oh Gott. Dem Gescheihe von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. In nomine Patris et fili et spiritus sancti. Amen. Oc sepid panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Alter. Oc fazite in meam commemorationem. oc. Oc. herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrichs kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Oh mein Gott. Wer von beiden zuerst kotzt. Ach du Scheiße. Predigt selbstbewusst. Okay. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Gott steht an der Spitze. Wir sind verpflichtet, lasthafte Pfarrer abzunehmen. Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht gehört Gott allein. Was? Den gemäßigten Ton fortfahren? Ähm... Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück beschert hat. Die Pest, Feinde, Ungerechtigkeit, Hunger und Chaos, Missernten, Brände, Flut und andere Katastrophen. Und das alles wegen... Ach du Scheiße. Ähm... den korrupten Dienern Gottes, die nicht leben, was sie predigen. Sie glauben, sie könnten Sünden mit Geld fortspülen, indem sie Ablassbriefe verkaufen. Aber das... das ist nicht richtig. Denn Silber tilgt keine Sünden. Viel Selbstvertrauen hat er in Prag nicht bekommen. Okay. Sündige... Und welch Sünden! Sie leben mit Dirnen und halten sich Konkubinen, obgleich nur ehelicher Verkehr zum Zwecke der Fortpflanzung rein ist. Nimmt einer ein Weib oder ein Mann, nur um seine Gelüste zu befriedigen, wer verführt sie dazu, wenn nicht Satan? Und wie ungeheuerlich, wenn dieser Mann ein Diener der Kirche ist? Ein Unzüchtiger, der das Messgewand anlegt und dann Gott sein Gesicht zuwendet? Nichts, was wir nicht eh schon wissen. Im Barschenton fortfahren. Okay. Genug von den Sünden, von denen die Prelaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel aufhört? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prelaten! Hint fort mit ihnen! Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben. Einen gerechten und einfachen Mann. Äh, die Prelaten kritisieren. Auf. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt. Und er ist erfüllt von rechtschaffenem Zorn, da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die einzeln mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure verlässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. War das jetzt gut oder schlecht? Oh, oh, oh. Na, da... Ui, ui, ui. Das ging ja gerade noch mal gut. Genau so wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Äh, nur die Spitznamen. Ähm, er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger. Davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Hahaha. Ja, ja. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe da keine Wahl. Andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn. Viel Glück. Nun pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Oh mein Gott. Was für ein Ritt. Mein lieber Herr Gesangsverein. My dear Mr. Singing Club. Haben wir jetzt unsere Sachen an oder laufen wir immer noch in Unterhose rum? Oh Gott, wir laufen immer noch in Unterhose rum. Es ist ja nicht zu fassen. Okay. Wir legen wieder alles an. Den Bogen. Und ich guck mal, welche Pfeile. Verbessert er einen Langstreckenpfeil. So. Dann Rüstung. Äh, was? Oh, oh, oh. Was haben wir denn da? Das sieht aber schick aus. Schade. Boah, das sieht richtig cool aus. Aber wir haben den Kyrusas. Na gut, dann behalten wir den. Das Kettenhemd. Nein, wir haben das ungarische Kettenhemd. Okay, ich geh mal weiter durch. Hier, Beinschienen. Das Kettenhemd haben wir schon. Kettenhaube. Natürlich. Die Stöpplinge. Die Stöpplinge. Alte Schulterplatten. Alte Schulterplatten. Wir nehmen die, sag mal, Unterschied. So. Ne. Verziertes Kriegswand. Wams. Nehmen wir auch. So, jetzt sehen wir schon mal wieder besser aus. Äh, gepolsterte. Bunttauben. Nehmen wir auch. Dann die Panzerhandschuhe. Dann verzierte Reiterstiefel. Alte Stiefel. Nein. Das auch nicht. Aber das hier. So, dann sehen wir schon mal wieder ganz gut aus. Was fehlt noch? Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Schau mal. Unser Wappenrock. Biancas Ring. Eine Halskette. Rittersporen. Ne, wir nehmen den Ring. Alles klar. Weil wir können uns auch einen Silberring umtun. Der ist mehr wert, ne? Ich weiß nicht. Mach mal das mal so. Na gut. Wir sehen eigentlich wieder ganz stattlich aus. Sattheit. Wir sollten was essen. Dürrfleisch. Oh Mann. Wir hatten einen ziemlichen Kater. So. Jetzt müssen wir nach Ledetschko. Und das hier lässt mich einfach nicht zur Ruhe kommen. Questlock. Was haben wir denn jetzt noch? Vergeltung? Da müssen wir ja... Finde den Banditen in Ledetschko. Spüre Stinke auf. Da muss ich auch Stinke aufspüren. Okay. Sag Johanka, dass du nichts mehr tun kannst. In Gottes Hand. Ach ja. Ein Freund bis zum Tod? Sag nicht, die sind gestorben. Was ist denn los hier? Ja gut. Ich muss sowieso nach Ledetschko. Unkraut. Ei, 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 ei. Bist du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute! In Gottes Namen. Ich bin nicht blind. Was war hier? Was war hier? Wir haben auch nicht mehr so viel Energie. Wir sollten auch mal pennen gehen. Und wenn ich nach Ledetschko soll, wäre es ganz gut. Äh, wenn man es nur abbrechen könnte. Aber nein. So. Das werden wir. Wir werden ihn suchen. Auf der Fährte Quest hat begonnen. Okay. Naja, dann werden wir ja dann von Weitem riechen, den Stinker, oder? Der wird seinen Namen ja nicht umsonst haben. Aber ich werde jetzt trotzdem noch mal kurz in diesen Weit gehen. Das muss da sein. Ist mir keine Ruhe. Verstehe doch nicht, warum ich diesen scheiß Brunnen nicht finde. Uh. So. Bin ich schon da, ne? Muaah. Pferd hat mich abgeschmissen. Gibt's doch nicht. Ich suche den Baum. Ne. Das ist doch nicht zu fassen. Ich bin hier doch zehnmal lang gerannt. Wieso ist denn jetzt der Brunnen auf einmal hier? Hä? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht zu fassen. Gräser und Kräuter. Modische Schlappen. Verpönterböfel. Was auch immer das sein soll. Das Ding sieht auch gut aus hier. Boah, 2,7K. Äh, nicht zu fassen. Okay, wir haben den Schatz gefunden. Meine Herren. Und da habe ich so ewig gesucht. Und dann auf einmal. Hm. Wiegt mehr. Aber der hat auch 25. Ich behalte ihn an. Komm. Oh, ich fahre schon wieder in den Brunnen. Sag mal. Wieso habe ich den Brunnen hier nicht gesehen? Das kann doch nicht wahr sein. I don't get it. Plötze. Ein bisschen plötzlich. So. Wir reiten nach Ledecko. Mit dem Pferd. Wer fällt ein. Alles klar. Jetzt guck ich jetzt erst mal nach unseren Leuten. Und die, ähm, wir haben ja gesehen, die Aufträge können doch... ... äh, verfallen. Wann ist hier los? Ja, wie geht's? Wie gefällt es dir hier in der Mühle, Fritz? Bestimmt besser als in der Mine. Hier ist es schlimmer als in Scarlet. Dort konnte man sich hin und wieder aus dem Staub machen. Aber hier? Warum aus dem Staub machen? Hier gibt es keinen Wendel. Nein, aber der Vormann hier ist ein noch größerer Arsch. Pff. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Hä? Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Bei der ist jemand prügelt. Jetzt schubst mich dieser Hunskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Verstehe. Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal. Aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Na toll. Ich habe mit ihm geredet und fand ihn ganz in Ordnung. Versuch mal mit ihm zu arbeiten. Er ist eine hinterlistige Schlange und ein Großkotz. Du solltest sehen, wie er sich rausputzt, wenn er mit Lorenz Würfeln geht. Er ist Lorenz. Auch ein Gehilfe? Ja, aber bei der Nachbarmühle. Man nennt ihn den Zaunkönig. Weiß der Teufel wieso. Thomas geht dort zum Würfeln hin. Hm. Macht er ihr schöne Augen, aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine. Aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also vor? Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbläuen. Ich meine so richtig. Und du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja. Vielleicht. Wieso überredest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wir könnten ihn zu Lorenz locken, auf eine Partie würfeln. Dann müsste er durch die Wälder... Hm. Ich denke darüber nach. Na toll. Achso. Faustkampf konnte ich jetzt hier nicht mehr üben. Ne, ne, hatte ich schon. Ich möchte mich im Faustkampf... Selbstverständlich. Na, ne, okay. Ähm, ich denke... So, was sagt denn der Matthäus? Wie geht's? Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Hast du mit Fritz geredet? Ich wette, so hat er es nicht ausgedrückt. Ja, nicht ganz. Abgesehen von Thomas' Namen gab er fast nur Schimpfwörter von sich. Das glaube ich sofort. Die ganze Woche schon muss ich mir das anhören. Der Vormann ist aber auch ein Quälgeist. Er will uns entweder zerschinden oder zwingen zu gehen. Hm. Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre. Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Hm. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein. Er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Ha. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden. Die Mühle ist stark heruntergekommen. Aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt. Er ist ein Arsch. Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Das wiederum bringt Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und... Hm. Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weichchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön. Ich rede mit ihm. Na ja, das war ja klar. Aber mach ihn nicht sauer. Sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Okay. Wo finde ich den Typen? Der hier bestimmt. Alter Thomas. Gott sei mit dir. Ah. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Du meinst Hinek? Den Sohn des Gerbers? Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Kein Schimmer. Versuch's beim Haus der Seinigen. Allerdings verbringt er kaum Zeit dort. Okay. Sohn des Gerbers. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du es schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als ein Geruch. Okay. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt, nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürmen. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Das ist unser Mann. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaub, sie heißt Adela. Okay. Weshalb ist der so ein Verruf? Hm. Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratai wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt noch mehr als bloß im Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute. Und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Okay. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Dann werden wir ja auch nicht viel bei dem rauskriegen. So. Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Hm. Ich habe etwas anderes gehört. Sie beschweren sich also, wie? Ich gebe ihn zu fressen und sie liegen auf der faulen Haut. Ist es nicht der Müller, der ihn zu essen gibt? Der schafft das doch alles nicht mehr. Wenn ich nicht wäre, wird die Mühle nicht mal mehr stehen. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Ich würde dafür sorgen. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Und wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wer, wenn nicht? Sag ihnen das. Alles klar. Gut, 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 gut. Ähm, er fängt direkt wieder an zu mosern. Ich möchte nochmal wegen Thomas fragen. Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte, vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl. Der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Das sind aber auch ein paar Penner, ne? Also echt. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schlaf... Ihr wisst doch. Ich möchte über die Grundlage... Willst du nicht erst die Grundlagen erlernen? Ach man, ja, wenn ich immer die... Ich denke darüber nach. Gut, das soll ich beenden. So, wo ist der andere Saftsack? Hör zu. Ach, mit dem kann ich nicht reden. Ich möchte mich im... Selbstverständlich. So, hier bin ich auch noch nicht auf Stufe. Ich möchte über die Grundlage... Gut, aber nur gegen Silber. Oh, doch, cool. 180. Ist das nicht etwas viel? Mein lieber Mann. Einverstanden? Du bist ein Knauser. Naja, du ein Idiot. Einverstanden. Hör gut zu.